Vor wenigen Jahren habe ich mich als Unternehmer selbstständig gemacht. Ich liebe die Freiheiten, die sich mir dadurch bieten. Ich bin mein eigener Chef. Ich definiere die Regeln. Aber eben nicht nur. Mit der Entscheidung habe ich auch mehr Verantwortung. Nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie. Abschalten ist heute für mich eigentlich nicht mehr möglich. Irgendwas ist ja schließlich immer. Dank eines befreundeten Unternehmers habe ich jetzt allerdings eine Lösung gefunden, die mich in den Rücken frei hält. Lästiger Papierkram für die Buchhaltung ist damit Vergangenheit. Dank meines persönlichen Guides bekomme ich jetzt hilfreiche Tipps, die mir dabei helfen, meinen Alltag noch besser zu organisieren und wichtige Zahlungstermine im Blick zu behalten. Außerdem hilft mir der VR Smart Guide wertvolle Zeit und viele Nerven zu sparen, indem ich meine Unterlagen ganz einfach an meinen Steuerberater übermitteln kann. Und ansonsten bietet mir der VR Smart Guide alles, was mir meinen Alltag vereinfacht. Dank der Liquiditätsübersicht habe ich meine Finanzen immer im Blick und kann schnell reagieren. Praktischerweise kann ich auch direkt aus der Anwendung heraus bezahlen. Und dank der App kann ich meine analogen Belege ganz einfach digitalisieren. Außerdem bin ich jetzt schon für die gesetzlichen Anforderungen der E-Rechnungen gerüstet. Und das Beste? Ich habe endlich wieder mehr Zeit für die Dinge, die wirklich zählen. Das Beste ist Anteur! Ich hatte manchmal wieder mehr Zeit für unsere Son007-S Store. Und das Beste ist die Musik, die wirklich zuerst. Und das Beste ist für die92 Freunden. die für diejenigen zwei einen zu verstecken dei jiven Anwendung aus. Und das Beste ist eine Pfeuerung.